so jetzt geht's los und was wir heute machen ist wirklich ganz toll ich fotografiere nämlich meine eigene entworfene kette meine blume die sich alle so gewünscht haben dass ich es jetzt tatsächlich gemacht habe ich bin ganz aufgeregt aufgeregt nein mal liebe sind ganz aufgeregt mal ich schläft schon vor lauter aufregung und für dich Weißt du, und dann sehe ich halt auch so ein Bild, dass ich dann einfach mit diesem Rock hier bin. Dann habe ich hier auch, das ist mein Küchel-Outfit. Dann Sommerholen, eine Grün-Brunambo und jetzt Tofu. So we sit in. Hat jetzt irgendjemand Fleisch hier? Nein, oder? All our Tofu. Okay. Sag mal, spinnst du jetzt? Wie wird der los hier? Mein müsste auch betreffet werden. Ja. Fertig. So, also wir sind fertig mit unserem Chemischstuhl. Sind alle zufrieden. Ich bin glücklich und wir machen es uns jetzt schön kuschelig. Tschau.